ja die hälfte ist jetzt mal die hälfte fahr ich drauf da fahr ich voll drauf ab auf fleischwurst die finde ich einfach man kann die haut hier mit essen aber ich mag es nicht so deswegen mache ich die immer runter so weit wie es geht mhm 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 Kommt der Chef auch noch. Chef, kommst du ein wenig näher, bist du auf dem Video. Hast du gehört? Kommst du ein wenig näher, bist du auf dem Video. Machst du ein Video? Naja, kannst du mal winke, winke machen. Ah, bei dir? Du bist genau so direkt, ich sag mal. Von Kopf bis Fuß, also komm mal näher, komm mal näher. Dass die Leute ich mal sehe. Das ist der Peter, ein guter Freund von mir. Der sieht aus, guck mal, wie der Nikolaus. Hey, du bist voll dreckig. Natürlich, natürlich. Wenn man von der Baustelle kommt. Dafür macht es auch das Duschen Spaß. Ja, genau. Da siehst du nämlich auch was. Wenn du eine dreckige Badewanne drunter hast, dann ist alles gut. Das stimmt. Genau. Das stimmt. So, habt ihr ihn gesehen, Peter? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Du bist auf dem Video.